Der Verdächtige kann nicht weit sein. Treiben wir ihn raus. Zentrale, mit unserer Steuerung stimmt was nicht. Zentrale, wir haben den Verdächtigen verloren. Wir beginnen mit der Suche. Zentrale, wir haben ihn wieder. Over. Ein Van wurde dem Verdächtigen hinterher geschickt. Wir haben ihn aus den Augen verloren. Suchen weiter. Sind vor Ort und schließen uns der Suche an. Over. Zentrale, wir sind vor Ort und suchen den Verdächtigen. An alle. Ein Van wurde zum Standort des Verdächtigen geschickt. Oh! Ich hab's erwischt. Wir haben zwei als Zentrale. Verdächtigt gesichtet. Wir sind vor Ort. Versteht nicht nur eine SUE in der Nähe zu verpflichtigen. Zentrale! Ein Sybilist wurde verletzt! Zentrale, der Verdächtige ist weg, aber wir geben noch nicht auf. PA2 an Zentrale, wir haben unser Ziel verloren. Over. Zentrale, von oben ist der Verdächtige nicht zu sehen. Informiert die Bodeneinheiten. PA2 an Zentrale, Verdächtiger wieder erfasst. PA2 an Zentrale, bleibt dran für die größten Hits hier auf Kenny Wilde. Verstanden, ein Polizei-Van ist auf dem Weg zum Ziel. Er ist uns entwischt. Wir bleiben hier und spüren ihn auf. Mist! Er ist von der Straße... Kein Sichtkontakt. Haltet ihn auf, um jeden Preis! Haltet ihn auf! Haltet ihn auf, um jeden Preis! Haltet ihn auf! An alle! Eine SUE wurde zum Standort des Verdächtigen geschickt. Alles okay? Er hat das Fahrzeug verlassen und ist zu Fuß unterwegs. Haltet ihn auf! Hat ihn irgendjemand gesehen? Er ist abgetaucht! An alle! Dem Verdächtigen wurde eine SUE hinterher geschickt. Wir haben ihn wieder! Over! Oh Gott! Ich bin getroffen! Fuck! Zentrale, wir haben wieder Sichtkontakt zum Ziel. Verfolgung läuft! Der Verdächtige ist weg. Wir haben ihn verloren. Wir sind jetzt vor Ort und suchen nach dem Verdächtigen. Suchen den Sektor ab. Wir finden den Kerl. Eine SUE hat die Verfolgung aufgenommen. Eine SUE hat die Verfolgung aufgenommen. Koffelekturen Woohoo! Da wird sich jemand umritten! Wir sind Tilly-Boom! Ja! Das ist das Ziel! Oh yeah, genau, wir ziehen das durch.